Eines meiner Lieblingsbücher heißt A Hundred Uses for a Dead Cat. Aber was zum Teufel macht man mit einem Buch, wenn man es ausgelesen hat und beim besten Willen nicht im Regal aufbewahren möchte? Buch nehmen, aufschlagen, Seite rausreißen, zusammenknüllen und fertig. Schneeballschlacht. Großes Buch, Seite aufschlagen, stabile Seite finden, Löcher hindurch. Fertig, 3D-Brille. Buch nehmen, aufschlagen, Seite rausreißen, falten, einreißen und fertig, Schmetterling. Großes Buch, zusammenrollen. Klebeband rum. Abschneiden. An die Schuhsohle. Fixieren. Und fertig, High Heels.